So, hier sind das jetzt die Tempelwächter. Wir sind jetzt hier in Luxor und hier sieht man noch die letzten Überbleibste. Das sind diese Kolosse, die vor allen Tempeln waren und da hinten steht noch einer. Hier. Das ist wirklich total interessant. Und ja, wenn ihr in Ägypten seid, würde ich auf jeden Fall einen Ausflug nach Luxor machen oder das Ganze mit einer Nilkreuzfahrt eben halt verbinden und auch durch Ausflugspakete mit dazu buchen. Wenn ihr mehr dazu hören möchtet, einfach auf www.feller.de gehen oder hier für Gefällt mir für unser Reisebüro drücken und dann werdet ihr mehrere Infos kriegen.